hey ho meine lieben heute machen wir was ja mal wieder was aus der barbecue szene was richtig ist und zwar was ja pulled pork und zwar für gestrandete barbecue ja die nicht wirklich die möglichkeit mehr haben momentan draußen zu grillen ja leider ja darum machen wir das im touchofen und der kommt dann im backofen aber dem touchofen ist es egal wo die herkommt und ich denke wir werden das ganz gut hinkriegen auch wenn wir jetzt keine zwiebeln haben zum unten reinlegen wir machen das anders wie drüben in der kleinen aber feinen küche so meine lieben hier unten liegt das fleisch habe ich gestern schon vorbereitet dazu jetzt ein kurzer rückblick ja und hier nun der rückblick wie ich das fleisch vorbereitet habe schön schweinenacken mit ich glaube 2,1 kilo dann an bautzner haben wir heute wieder mal und an rap eurer wahl da könnt ihr wirklich nehmen was ihr möchtet ich mache das auch und deswegen sieht man jetzt von wem der ist und was es für einer ist da nehmt einfach wirklichen rap den ihr selber am liebsten mögt dann tun wir das ding hier ordentlich einsämpfen das wird auch schon eine milliarde mal gesagt einmal wirkt der senf antibakteriell und zum anderen gibt er noch ein bisserl geschmack ab und die gewürze halten dann wesentlich besser darauf hier wird sich jetzt die unterseite hier weg stellen und danach kommen wir dann auch schon mit der folie natürlich schön einmassieren und auf der folie dann wird man gleich die andere seite und so können dann die gewürze über nacht richtig schön noch einziehen und morgen vormittag ja bitte das wäre ganz nett und morgen vormittag kommt das ding dann in die kuchenbackform zum räuchern kuchenbackform die torten transport box genau das wollte ich sagen mal kriegt man die folie halt noch auseinander die ist ganz frisch ja gut einmal drüber legen das ding bitte einmal kurz ausspülen gleich weil das da legen wir das dann wieder nein gut wo habe ich schon lange keines mehr gemacht und ich bin ja gespannt wie das so funktioniert wie wir das jetzt machen aber das seht ihr ja alles dann noch im weiteren verlauf des videos dann wird das schwein da schön eingepackt einmal kreuz und einmal quer einmal kreuz und einmal quer ja dankeschön und dann lassen wir das über nacht im kühlschrank ruhen tja leute und morgen geht es dann weiter und aufnahmen habe ich gott sei dank dieses mal gedrückt tja genau so war das und die schauen wir jetzt an und dann kann ich euch auch dieses mal wunderbar zeigen warum ich sowas immer in eine schale rein tue im hintergrund steht schon der neue ft9 da kommt unten das teil nämlich rein und für was ich das noch gleich brauche werdet ihr auch gleich sehen aber jetzt erst einmal fleisch angucken so leute und jetzt schaut mal her hier in der ecke oder unten drunter ist tatsächlich fleischsaft ausgetreten und genau deswegen sage ich immer wenn er irgendwas einwickelt auch wenn er es ein ein vakuumiert legt es in so eine konix konis in so eine blechschale rein dann kann nichts passieren tja und was machen wir jetzt räuchern räuchern jetzt kommt nämlich das ding hier drauf und damit wir wenigstens ein bisschen an authentischen geschmacken kriegen wird das ding vorher noch kalt geräuchert ja und danach kommt es dann in tatschauffen ja ist das ein schlanzi könnte grad so rein passen hier jawohl tun wir mal unsere form hier drüber unser räuchereumel hier ja muss mich ein bisschen umbauen hier dass man mehr sieht ja jetzt haben wir glaube ich wieder alles im blick das waren glaube ich die hickugel da steht mittlerweile auch nichts mehr drauf das ganze werde ich jetzt zwei drei vier mal wiederholen hier ja 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 die form füllt sich mit rauch und wunderbar so sollte es sein so so Räuchervorgang in Echtzeit sozusagen jetzt. Wie lange hier so eine Ladung durchbrennt, durchrödelt. Und wenn man vom Fleisch nichts mehr erkennen kann, ja ist eigentlich ziemlich gut. Machen wir hier aus. Lassen das kurz stehen und wiederholen das Ganze nachher noch einmal oder wie gesagt zweimal. Das muss ich dann gucken. Tja Leute, die ganze Prozedur hat jetzt knapp 30 Minuten gedauert. Und jetzt schauen wir da mal rein. Spatzel, willst du auch mal dran schnüffeln? Ja, schnüffeln. Schnüffeln. Na schnüffel doch mal dran. Und? Ja. Ja. Riecht geräuchert. Ja. Ja. Und das ganze Subjekt hätte ich jetzt fast gesagt. Objekt der Begierde. Riecht geräuchert. Erstmal auf die Seite. Ja. Kommt jetzt in den FT9 rein. Mit dem Gitter. So. Du kannst schon mal den Backofen auf Ober- und Unterhitze 150 Grad einstellen. Tja. Und andere hauen Zwiebeln rein. Etc. PP. Ich haue ein dunkles mit rein. Wenn ihr einen Öffner findet. Ein Feuerzeug oder irgendwas. Ha. Ich stiele echt mit dem Petromax-Effner. Ah ja. Was haben wir denn hier? Ein Erdinger. Ein dunkles. Ach komm. Dann hauen wir die ganze Halbe rein. Fertig. Ja. Ein Deckel drauf. Und jetzt kommt das Ganze einfach im Backofen. Wie gesagt bei ca. 150 Grad. Erfahrungsgemäß sind es dann im Touchofen innen drin um die 120. 100. Ja. Knapp 130 Grad. Und ähm. Backofen Aufwärmzeit. Sagen wir 13 Uhr. Dann schauen wir um 14 Uhr. 14 Uhr 30 einmal kurz rein. Ja. Ob noch genügend Flüssigkeit. Also Bier drin ist. Ja. Ab im Backofen. Wir sehen uns dann nachher bei der Kontrolle. Gesamtzeit. Ich rechne hier mal mit 3 Stunden im Touchofen. Also. Wir werden sehen. Wir werden gucken. Und. Abwarten. Wie immer. Wenn man was Leckeres macht. So meine Lieben. Eine Stunde später genau. Schauen wir jetzt hier mal einfach mal rein. Oh. 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 Ja. Sieht gut aus. Hat man es gesehen? Jawoll. Temperatur interessiert mich noch gar nicht. Oh. Oh. Weiter geht's. Leute. Die 2 Stunden sind um. Ich suche gerade meinen Thermometer. Da ist es. Und äh. Aus dem Backofen kam gerade mal richtig Dampf raus. Oh. Oh. Sieht das nicht lecker aus? Ich schaue mal mal nach der KT. 95, 96. Na ja. 97 wollte ich jetzt eigentlich. Aber ich glaube 96, 97 geht auch. Kann man sehen? Ja. Auf dem Display keine Ahnung. Kann man sehen. Na ja. 95. Wir geben noch eine Viertelstunde, 20 Minuten hinzu. Dass das Ding durchgehend seine 97 Grad hat. Weil die möchte ich schon erreichen. Ja. Genau. So Leute. Und während hinter mir das Pulled Pork noch seine letzten Zuckungen macht im Dutch Ofen. Ähm. Wir haben uns hier Brioche-Bans vom Blockhaus heute geholt. Gestern. Gestern haben wir die geholt. Die werden dann noch mit Oberhitzefunktion oder Übergrillfunktion, wie es auch immer heißen mag, im Backofen dann kurz angetoastet. Die Paprikas werden ja so in größere Scheiben geschnitten. Und äh. Dann werden die in der Pfanne noch schön angebrutzelt. Das machen wir jetzt auch auf Video. Und ja. Zum Zusammenbau. Beziehungsweise wenn es dann das Schweinderl aus dem Dutch Ofen rauskommt, hole ich euch natürlich dazu. Ja. Und wenn es jetzt nicht mehr reicht, dann reicht es gar nicht mehr. Ja. Jetzt gucken wir mal hier. 97. 97. Jetzt würde ich sagen, ist durchgehend 97 Grad. Und wir können das Teil hier raus holen, wenn es ja gleich jetzt auseinanderfällt. Ganz vorsichtig. Jawoll. Von dem Sud hier drin, werden wir nachher ein kleines bisschen brauchen. Nicht viel. Ja, meine Lieben, eigentlich habe ich ja diese Klauen, aber ja, bloß wo. Ich habe sie letztens irgendwo noch gesehen. Manu hat sie noch letztens irgendwo gesehen. Und wenn man sie braucht, sind sie weg. Egal. Das schaffe ich jetzt auch so. Oh, schaut euch das an. Schaut euch das an. Ui. Oh, gehen wir mal eine normale Gabel. Das Zeug ist so dermaßen hot. Zwei Stück? Ja. Oh, geil. Ja. Ich bin ja gespannt, in wie weit sich jetzt das Kollagen zersetzt hat. Weil vom Grill her kennen wir es ja, diese Plateauphasen, wo es auf einmal wieder kälter wird, das Fleisch. Habe ich hier jetzt natürlich nicht überwacht und nichts mitgekriegt. Oh, das ist einfach bloß jetzt verkocht. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber sieht doch schon gut aus. Oh ja. Einfach rupfi rupfi machen. Das mache ich jetzt schnell soweit fertig und dann hole ich euch wieder hinzu. Oder vielleicht lasse ich die Cam auch durchlaufen. Lange nicht einfach an meine Kamera hin. Ich glaube es ja gar nicht. Ich wollte es hinhalten. Ich wollte es hinhalten. Ja, also so ganz, wie man es vom üblichen Pulled Pork kennt, ist es nicht. Also ich sehe hier drin noch ein paar so, ja, Fettklumpen, die sich normal eben komplett zersetzen. Aber die sind nicht weiter tragisch. Die sind minimal. Ein bisschen weiter unten muss ich gerade zugeben. Merke ich gerade, ist es etwas zäher. Aber nicht so, dass man es nicht zerrupfen könnte. Ja. Mh, lecker. Jetzt noch die letzten größeren Brocken auseinanderpulen. Ich möchte jetzt natürlich jetzt nicht wieder mit der Hände rein, weil ich weiß ja, dass es heiß ist. So. Engelchen, ich bräuchte meine Barbecue-Soße. So. 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 Mostuter. So. 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 So, das muss reichen. Unsere Pappretelle auch fertig? Unsere Brötchen bestimmt auch schon. Ähm, hol sie raus! Ja, toll. Ich dachte, du passt drauf auf. Nee, du hättest mir gar nichts gesagt, dass du dich reingeschmissen hast. Oh Gott, ich bin noch neben dir gestanden. Tja, toll. Ein bisschen knusprig geworden. Ja, raus damit, raus damit. Genau richtig. Ja, Leute, so kann es gehen. Ja. Backofen kann man ausmachen. Na, Handschuhe-Aussetzer hier. Also. Oh ja, gut, die gehen noch, die gehen noch. Ähm, ich mach hier jetzt erstmal kurz sauber. Also unten, dann gehen sie, da sind sie halt etwas bräuner, aber mein Gott, dafür haben wir ja ein total saftiges Pulled Pork. Wollen wir hier jetzt einfach auf die Brötchen drauf donnern. Auf die Buns. In was hast du die Paprika angebraten? Ein normaler, ähm, Sonnenblumenöl. Öl, schade. Wäre das jetzt Butterschmalz oder was gewesen, hätten wir jetzt noch die Oberteile rein... Reintunken können. So. Muss jetzt eine herrliche Sauerei geben beim Reinbeißen. Paprika? Ja. Ja. Hätten Sie den gerne? Ja, ein, zwei Stück drauflegen. Da? Ja. Sehr. Bei dir? Ja. Und das war der Grund, warum ich eigentlich große Stücke wollte. Ach so. Damit es jetzt so runterfällt. Aber naja, naja. Ja. Ist das knusprig. Aber... Tja. Fertig sind sie. Und ähm, Cam hoch. Und du bleibst gleich da. Du darfst jetzt mit rumsockeln hier vor der Cam. So. Aber erstmal einstellen wieder hier. Mit rumsockeln. Ja. Oh. Jetzt müssen wir gucken, dass wir beide drauf sind heute, ja. Ja. So. Lecker Pult Pork Burger mit Paprika. Ach. Und gib ihm. Mh. Mh. Die ist schon was runtergefallen. Mh. 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 Ich fand es auch richtig lecker. Also da muss ich mir echt überlegen, ob, wenn es wieder funktioniert mit den Grillen, ob ich überhaupt noch ein normales Pulled Pork mache oder ob ich es nur noch in den Datschelofen mache. Muss ich jetzt ganz ehrlich so zugeben. Ja, obwohl für die Räucherphase am Anfang kann man es ja dann auch auf den Grill wuchten und dann in den Datschelofen. So würde ich es in Zukunft handhaben. Also, und nicht mehr anders. Also da jetzt nochmal so sechs, sieben, acht, neun Stunden auf dem Grill und warten und Plateauphase und, und, und. Nee, das Schwein hat definitiv in Zukunft. Boah. Wie lange war das jetzt drin im Backofen? Äh, dreieinhalb Stunden insgesamt. Ja, und es ist wunderbar. Ja. Also richtig, richtig geil. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte. Ich habe ja den Datschelofen jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gehabt in Benutzung. Hat wieder leicht gemüffelt. Leute, wenn ihr dasselbe Problem einmal habt, das ist gar kein Problem. Richtig schönes heißes Wasser. Einmal, äh, sauber ausspülen. Mit so einem kleinen Metallschwamm-Dings da vorsichtig drüber. Also nicht, dass ihr die Patina zerstört, sondern nur leicht drüber, dass man die oberste Schicht weg macht. Mit dem heißen Wasser, nur heißes Wasser. Und dann ist das Ding gut und dann könnt ihr den Datschelofen wieder einsetzen. Äh, das wollte ich noch loswerden. Und noch irgendwas? Nee, das war's jetzt, glaube ich. Das war's jetzt, glaube ich. Du schaust mich so an, hier, Ufo. Wie waren die Brötchen? Die, ähm... Die waren gut. Knusprig. Auch wenn das Oberteil etwas knuspriger war. Das war ein bisschen knusprig, aber war trotzdem sehr gut. Ja, ja. Hat noch einmal frei gepasst. Gut, jetzt aber endgültig. Endgültig, Tchaikovsky, bis zum nächsten Mal. Tschüss.